Hallo, ich bin der Christoph Haslauer. Ich habe den Bachelorstudiengang und Masterstudiengang auf der FH Salzburg im Bereich Informationstechnik und Systemmanagement absolviert und jetzt bin ich Geschäftsführer bei Native Faves seit 2016. Meine Position bei Native Faves ist sehr vielseitig, das heißt, ich konzentriere mich vor allem auch auf das Produkt und unser großer Fokus bei Native Faves ist genau Event-Watching-Experiences. Das heißt, wir arbeiten viel mit Fernsehsendern und auch Streaming-Services zusammen und überlegen uns wirklich, wie schaut die Zukunft zum Beispiel im Sport aus, wie kann ich zum Beispiel euer Fußballspiel wirklich neu erleben mit mehreren Kameraperspektiven, Datenintegrationen und auch sofort Instant Replays. Also ich kann das Studium im Department IT auf der FH Salzburg auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist natürlich persönlich bei mir einerseits, weil es mir sehr stark geholfen hat, im Berufsleben auch vorbereitet zu sein, aber auch andererseits von unseren ganzen neuen Mitarbeiter, die direkt von der FH kommen und ein sehr hohes Niveau im internationalen Vergleich haben.